so hallo ich begrüße euch im menü von der switch und wir starten jetzt zum allerersten mal ich habe es vorher noch nie gestartet die demo version von legend of zelda quatsch legend of zelda ist es ja nicht mal hyrule warriors zeit der verheerung ich habe noch nie muss ich gleich dazu sagen eines dieser warriors spiele gespielt na das ist ja die 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 der entwickler der das rausbringt der bringt ja auch den ist die warriors und und one piece warriors raus und das ist so was ist das hier alles schwierigkeitsgrad das wohl mal standard auto deutsch text deutsch passt easy okay ich habe da ist was im weg am fernseher ich muss mal eben ganz kurz zum fernseher das weg machen sonst kann ich da unten nicht lesen was da steht ach bestätigen ja natürlich möchte ich das beginnen komme ich dahin ohne jetzt hier nein also okay da steht nur weiter okay das krieg ich hinzulesen gut ich schätze mal es kommt ihr am anfang den tor oder es kommt einfach gar nichts lädt das jetzt noch ach ja ja das ist in der tat die zeit der verheerung hyrule warriors zeit der verheerung was ist das denn Ich muss alle... schützen. Okay. Ich verstehe noch nicht, was ich sehe, aber gut. Also ich verstehe, dass das gerade der Angriff auf das Schloss Hyrule war, als die Verheerung ausbricht. Aber vielleicht kriegen wir es ja erklärt. Eine weitere Legende, die von den Recken erzählt. Haben wir gerade... Wait. Haben wir Ton? Okay. Wahrscheinlich ist da noch kein Ton. Und alle zusammen stellen sie sich der Verheerung. Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Wahrscheinlich war da noch kein... Ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht so eine Zellstimme oder sowas kommt, aber scheinbar nicht. Jetzt sind wir... Jetzt ist Hyrule wieder ganz, in Anführungszeichen. König Roam. Da ist mein Tor. Da ist mein Tor. Da ist mein Tor. Und wenn ihre Orden zu sehen. Dann sind die Quarren, die in Anführungszeichen betrachtet werden. Derweil überziehen und siehnte Hauten von Monstern das Land. Selbst nach Schloss Hyrule streckt der Feind inzwischen seine Hände aus. So lasst uns zuerst die marodierenden Monster der Ebene vernichten, um uns mit neuer Stärke auf die Verheerung vorzubereiten. Soldaten, fasset Mut! Auf in den Kampf! Link ist einer der Soldaten. Link hat jetzt also keine spezielle Rolle. Okay, wir starten mitten ins Spiel. Wait a moment. Wir starten einfach mitten ins Spiel. Okay, Optionen. Tutorials. Ah ja! Beste Tutorials. Äh... Normaler Angriff, starker Angriff. Okay, ich glaube, ich drücke einfach wild durch. B ausweichen klingt schon mal gut. Einstellungen. Okay, das weiß ich noch nicht, wie ich invertieren will. Kameraempfindlichkeit. Ja, Energie leisten. Einblenden. Ein-Aus. Lassen wir es mal aus. Vielleicht brauche ich es nicht. Hilfe zur Steuerung. Ja, bitte. Untertitel. Ja, bitte. Lautstärke Musik. Lautstärke Soundeffekt. Ah ja! Okay, ich wollte nämlich schon sagen, ähm... Ist ähnlich wie in Birth of the Wild ist die Stimme wieder ein Ticken zu leise gestellt. Irgendwie kriegt ihr das nicht vernünftig gemixt. Aber so gefällt mir das schon besser. Okay. Dann haben wir die Sprache jetzt lauter und die Musik dadurch aber nicht leiser. Sehr schön. Das ist, was ich suche. Gut, dann spielen wir erst mal. Okay. Also wir... Nächste Salve vorbereiten. Alle Einheiten bremst ihren Vormarsch. Okay, also so ist... Das ist... Ja, jetzt geht der Spaß wieder los. Ähm... Ich muss mich um die Kamera kümmern. Vertikal invertieren. Ein. Ja, damit kann ich schon besser relayen. Okay. Also es... Ich bin nie mit... Ah, das ist wie in Birth of the Wild. Ich bin nie mit der Kamera zufrieden. Okay. Also... Okay, das ist ausweichend. Da springe ich zurück. So. Ja, okay. Das sieht ordentlich aus. Da mache ich gar nichts aktuell auf der Taste. Ah, habe ich gedrückt. Da schlage ich noch mal zu. Ach so, aber ausweichen kann auch nach vorne preschen sein. Und Wandsprung. Jo, okay. Den habe ich auch. Alles klar. Okay. Äh, da... Jetzt kommt es auch. Stärker Angriff, normaler Angriff. Ja, dann. Okay. Also, na, das Ding ist bei... Man darf bei Hyrule... Hyrule... Ich kann es nicht aussprechen. Man kann bei Hyrule... Bei dieser Spielreihe... Darf man nicht jetzt ein typisches Zelda verstehen. Sondern das ist so ein Hack and Slay mehr. Aber halt mit der Zelda-Geschichte. So, na. Wie gesagt, das gibt es auch im One Piece-Universum. Und das Original heißt, glaube ich, Dynasty Warriors. Oder so ähnlich. Aber weil es jetzt halt hier natürlich um die... Um die Geschichte von... Mit der Verheerung geht und alles. Ist das halt schon was. Was jetzt... Auch für... Für jemanden, der sonst kein... Denn es ist die Warriors gespielt, interessant ist. Es gibt ja schon eine... Hyrule Warriors. Äh, das hat allerdings... Das hat allerdings eine ganz eigene Geschichte. Das habe ich nicht gespielt. Ich habe es allerdings gesehen. Okay. Da war aber ein Minenfeld. Monster auf der Ebene ist ein bisschen guter Arbeit. Und hier müssen wir auf die Karte achten. Da gibt es also verschiedene... Äh, so... Ja, Orte, die man erobern muss. Und, 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 und... Basen und alles mögliche. Besiege den Mobble. Okay, jetzt ist ein Ziel festgelegt. Jetzt kann ich mich mal hier auf den Weg machen. Direktes Ziel zu schaffen. Halte nach dem letzten Starr Angriff in einer Combo X-Rule, um einen zusätzlichen Angriff auszuführen. Okay. Wo ist der Mopble? Irgendwo hier muss der sein. Da war die Combo. Speziale... Ah, nee, da ist er. Da ist er. Der säbelt gerade meinen die Soldaten weg. War mir ein Kollege. Mächtige Gegner als Zieler... Was? R? Welches R? Wait, what? So? Nee, so? Ach, du Schande. Die Taste muss ich drücken. Ich habe irgendwas gemacht. Ah, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich gedrückt habe. Aber das ist eine Truhe. Aus der... Ist das jetzt... Hä? Ist da jetzt was rausgekommen? Ich habe es nicht gesehen. Okay. Also der Ritter hat einen Moblin besiegt. An Stärken scheint ihm also nichts zu mangeln. Ah, ja. L und B Heilungsitem verwenden. L? Ah, dann habe ich hier... Okay, aber will ich jetzt nicht. Ich bin ja voll. Ich bin ja voll. Yo, was? Okay, das sah cool aus. Erledige die Vorposten. Nee, erobere die Vorposten. Ah, Kamera. Okay. Oi, 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 oi. Okay, alles klar. Kann ich jetzt wieder so ein bisschen Gas gehen? Nee, jetzt kann ich nicht mehr so... Ah, okay. Da kommt der erste Vorposten. Hier drüben. Ich muss auf die Karte gucken. Das sind so... Genau, das sind so Vorposten. Wenn man die erobert, dann fangen da, glaube ich, auch die eigenen Soldaten an zu spawnen und so ein Spaß. Ich meine, das ist jetzt scheinbar so ein Tutorial. Also hier passiert es doch nichts Schlimmes. Besiege Gegner meinem Vorposten, um die Zustandsleiste des Vorpostens nach und nach zu leeren. Details. Leere die Leiste eines Vorpostens, damit ein mächtiger Gegner erscheint. Besiege diesen, um den Vorposten zu erobern. Ach so, das war's. Okay. Da ist er! Den muss ich jetzt besiegen, jetzt, ja? Um den Vorposten muss man den... Ja, im letzten Moment Ausweich dann was mit so einer Attacken habe. Was, 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 was? Wie im letzten Moment Ausweich. Ich sehe überhaupt nichts. Set Block... Ah, Blocken kann ich auch. Ja, dann mach mal. Ich will Attacken habe. Ach so, so wie ich... So wie ziehe ich den an. Verstanden. Hat das funktioniert? Nein. Das war kein Attacken habe. Na, komm her. Das hat auch wieder nicht funktioniert. Wahrscheinlich muss ich das besser machen. Keine Ahnung. Aber ich scheine ihn auch so zu besiegen, ohne das Ausweichen. Ja, der Attacken-Hackler hat nicht hingehauen. Egal. So, weg ist er. Erobert. Okay. Das ist die Taste, die ich drücken wollte. Ja, das war die falsche Taste. Ist okay. Aber ich habe, glaube ich, die Ton geöffnet. Okay. So, der nächste... Ja. Der nächste Posten ist... Irgendwo... Wait. Ich wollte zu dem nächsten Posten laufen. Ah, wir sind, glaube ich, in den Plot reingelaufen, anstatt in den nächsten Posten. Impa. Ist die nicht eine Kriegerin? Ah, sie hat den Schika-Stein dabei. Den gibt's also schon. Oh, dann darauf reagiert er hier. Also, dieser Roboter hat die Verheerung erlebt. Und das ist jetzt aber scheinbar vorher. Gätte ich das richtig? Yo. Da taucht einfach mal so ein Schwarm auf. Okay. Der könnte eine moderne Ocarina abgeben, wenn er noch ein bisschen... Ist... Okay, jetzt folgt er mir. Okay, da folgt er mir jetzt einfach. Ja, hallo. Kämpfen wir uns gemeinsam den Weg frei. Äh, okay. Wo bin ich denn jetzt auf der Karte? Jetzt bin ich da hinten gelangt. Das ist überhaupt nicht, wo dieser Posten ist, zu dem ich hin sollte. R plus Y Bombenmodul. Was, R? Ah, okay. Hier hab ich... Okay. Aber ich will ja... Ich wollte ja hier zu dem Posten da hinten laufen. So, hier hab ich grad die Sequenz ausgelöst. Aber ich wollte ja hier zu dem Posten da hinten laufen. Oh, ist das weit, ne? B plus A Kryo-Modul. Äh, R plus A. Also ist das einfach auch aufgetaucht. Ja, okay. Und was nützt mir das Kryo-Modul? Okay. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier hätte einsetzen sollen. Aber joa, ist cool. Habe ich verstanden, auf jeden Fall. So, hier interessiert mich nicht. Ich will den Posten da hinten erobern. Okay, da sind wir jetzt. Yo, Exalfos, lass mich in Ruhe. Yo, Slimes, lass mich in Ruhe. Okay, hier ist der Posten. Hier wollen wir rein. Oh, das ist Exalfos, okay. Dann muss ich jetzt wieder so lange kämpfen, bis der Große auftaucht. Ach so, da oben ist die Leiste von dem Posten. Und wenn die Postenleiste down ist, kommt der Große. Ah, die... Ich komme mit den Kameras einfach nie zurecht. Das ist unfassbar. Okay. So. Gleich haben wir die Leiste down. Aber selbst wenn ich die Kamera jetzt umstelle, dann ist sie wieder anders, als ich sie mir... Ich kriege das... Also, das... Wie gesagt, das Problem hatte ich bei Odyssey, das habe ich einfach immer. Es ist immer... Ich spiele immer anders, als ich denke bei der Kamera. Es ist... Was? Äh... R und A einfrieren, speziell für anstürmende Gegner. Okay, warte. Äh, das hat ja gut funktioniert. Habt ihr gesehen, wie gut ich eingefroren habe. Aber wie... Wie friere ich den Schmetterangriff? Okay, tschüss. Kommt jetzt der Große? Andi, das war der Große. Ach, da hat er... Jetzt am Rand tauchen die Sachen auf, die man bekommt. Okay, verstanden. Ein Feuer... Irgendwas wird auf dem Feld gesehen. Da drüben, oder was? Wo muss ich da jetzt hinlaufen? Kannst nun Impa steuern. Charakter wechseln. Warum soll ich den Charakter wechseln? Aber ist hier... Ist hier... Sehe ich das richtig, dass hier drüben der... Der Feuerdings aufgetaucht ist? Hier, wo es rot ist? Ja. Okay. Ja, das Einträgen hat der mal überhaupt nicht... Aua. Das Einträgen hat der mal überhaupt nicht funktioniert, ne? Wei, 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 wei. Ist das so eine Art Schild, dieses... Äh... Sechseck oder was da auf... Man... Ja. Wow! Äh... R und Y bomb speziell für G... Okay. Warte. So und so. Ist das jetzt gut, wenn das einfach auch mit drauf... Okay, anscheinend ist es gut, wenn das einfach auch mit explodiert. Jetzt habe ich sein Schild durchbrochen. Schmetterangriff. Ah ja. Jetzt konnte ich den wieder machen. Zack. Haben wir ihn down? Oh, wir haben ihn down. Oh. Feuerstab. L und Y Feuerstab. Jetzt habe ich eine neue Waffe, oder was? Aha. Ach so, jetzt kann ich hier... Yo. Sick. Wie oft kann ich das machen? Ah ja. Nicht so oft. Sollte ich ihn jetzt noch nicht einsetzen, dann. Okay. Im Fall. Kannst du dir drüben. So, einen Posten aber noch zum Einnehmen. Ich gehe einfach mal dahin. Es wird schon dann richtig sein. So. Was habe ich jetzt gedrückt? Ach, ich verstehe. Das ist die Spezialattache. Die lädt sich unter den Herzen auf. Da stand nämlich A. Und wenn ich das dann... Okay, das ist so eine Spezialattache. Die lädt sich unter den Herzen auf. Und wenn ich die auslöse, mache ich... Mache ich... Stuff. Okay. So, dann laufen wir jetzt mal zu dem letzten Vorposten. Auf der Karte. Na, das war es nicht. Ich wollte schneller laufen. Äh. Ah ja, das ist mein Bogen. Okay, auf dem kann ich... Okay, so löse ich das Schild aus. So blende ich die... Ach, so ändere ich die Karte. Okay. Das ist nicht der Posten. Hier will ich gar nicht rein. Also einfach hier durchlaufen. Okay, ich will schon kosten. Er startet Bericht von den westlichen Truppen. Ein großer Turm soll plötzlich erschienen sein. Ne, echt jetzt. Ich sehe den Ebenfall. Schick sofort Soldaten aus, um das zu untersuchen. Ah, das ist nix. Tschüss. Hi. Hier, hier kriegen wir relativ schnell den großen. Okay. Zack. Das ist wahrscheinlich... Aha. Kack. Wahrscheinlich das häufigste Wort in diesem Let's Play wird lauten Kamera. Das Schöne ist, die Demo kann man an das... An die Hauptversion dann anfügen, wenn man die Hauptversion hat. Also die Vollversion. Oh, da ist er. Das hat mir... Das wollte ich nicht. Aber ich habe gleich wieder das A voll. Ich wollte ausweichen. Das war... Oh mein Gott, ich kann halt nix. Also ein Trick klappt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ach, vielleicht hast du die kaputt... Ah, okay. Stufe erhöht. Zack. Das waren die. Das waren die drei. Der Ausgang der Schlacht scheint entschieden. Bringen wir es zu Ende. Es sieht übel aus, die Truppe... Eine Truppe Moblins ist aufgetaucht. Ja, was denn jetzt? Moblins wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Ja, die sind überall. Was wollt ihr? Ein ganzer Trupp, das ist wie... Aber wir müssen sie irgendwie aufhalten. Ach, da! Okay, dann laufe ich da jetzt hin. Wir siegen die Moblins. 0 von 3. Ah, ja, okay. Kann ich nicht hier... Hallo? Kann ich nicht hier drü... Hallo? Kann ich nicht da drüber laufen? Oh, Link. Link kann mal wieder keine Zentimeter Hügel hochlaufen. Kannst du... Ich muss... Wow! Okay. Also, Bewegungsradius ist sehr eingeschränkt. Klettern lernt Link erst in Birth of the Wild. Wow, ich komme auch nicht seitlich die Treppe hoch. Das ist brutal. Okay, also gehen wir so hier rüber. Und da sind jetzt die Moblins. Au! Irgendwo. Wo sind die Moblins? Da! Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das wollte. Jetzt, da drauf! Ich wollte ausweichen. Das hat auch nicht funktioniert. Guck mal, jetzt zeigt es da den Eis an, aber keine Ahnung, wie ich das dann auslösen soll. Der Soja scheinbar nicht will. Ich sollte mal was essen, ne? Oh mein Gott! Wie konnte man nochmal essen? Nee? So. Ah, okay. Ah, ich könnte aber mal den Feuerstab ausprobieren. Bäm! Brennt! Brennt, ihr Mistdinger! Ja, nice! Und jetzt weg damit. Sack! Hat das gereicht? Für den hat es gereicht? Für den anderen? Scheinbar auch. Okay, einer muss noch irgendwo sagen. Oh, Truhe aufgetaucht. Die einfach von selber aufgibt. Cool. Wo ist der letzte Moblin? Oh, das kann ich die aus... Kann ich die heben? Oder... Die kann ich wahrscheinlich so nutzen. Okay. Wo ist der letzte Moblin? Da! Das hat nicht hingehaut. So habe ich mir das vorgestellt. Ah! Jetzt habe ich A. Okay. Jetzt kriegt er auf die Mütze. Vielleicht. Jetzt hat er... Ah, okay. Es hat ihm Energie abgezogen, aber dieser Schild ist immer noch aktiv. Jetzt ist der Schild down. Erfolg! Die Monster ziehen sich zurück. Gut. Grandios! Dieser Kampf ist unser Sieg. Ihr habt uns bis zum Schluss... Ihr habt bis zum Schluss gekämpft. Diese junge Ritter hat sich selbst übertroffen. Soll ich ihm an den offiziellen Posten geben? Ah, jetzt haben wir uns bewiesen. Eißig. Schlacht auf der Ebene von Hyrule. Sieg. 15,33. 53. 439. Besiegt. Okay, da gibt es Rubine für. Wahrscheinlich hätte ich mehr besiegen müssen für mehr Rubine. Okay. Was ist das denn? Muss ich jetzt was auswählen? Oder habe ich das bekommen? Das habe ich bekommen. Oder so. Neue Materialien. Aha. Pyromaugus Urkunde. Eine von der Königsfälle. Für das Besiegen von Monstern. Sie ist mit lobenden Worten. Okay. Achso, für jedes Monster ist so eine Urkunde. Okay. Ja gut, okay. Okay. Äh, weiter. Okay. Story, story. Ah, die kennen die Türme noch gar nicht. Aber den Schiegerstein haben sie ja schon. Wie wartet das in Breath of the Wild? Zelda, hieß es doch auch irgendwie so. Die haben diesen Stein, aber sie können noch nicht damit die Sachen aus... Aus... Okay, ich bin still. Ihr alle habt heldenhaft gekämpft. Zelda. Welch ein Glück! Ihr seid unversehrt. Ja, euer Hoheit. Hurra, gab mir den Schiegerstein. Oh. Nix. Ein Sessin. Und es reagiert auf den Kleinen da, okay. Die Nachricht des Wächters wurde auf den Schiegerstein projiziert. Hallo, Herr Zelda. Er berichtete davon, wie er nach der Wiederkehr der Verheerung in der Zeit zurückgereist war, um Zelda zu retten. Impa bat darum, die Reliktforscher Pura und Robelo den Wächter sowie den Turm, der aus dem Nichts in der Ebene erschienen war, untersuchen zu lassen. König Roam gab ihrer Bitte statt. Okay. Pura und Robelo werden wir dann ja auch kennenlernen. Die hat man ja schon in den Trailern gesehen. Mehr Story. Ne, das ist keine Cutscene. Was ist das? Befehl für Link, Ritter von Hyrule. Verteidige den seltsamen Turm, der plötzlich erschien. Eine wichtige strategische Position. Des Weiteren. Jener Wächter, der durch die Zeit reiste. Woher wissen wir... Habe ich was verpasst? Woher wissen wir, dass der durch die Zeit gereist ist? Verdienen seine Kräfte unser Vertrauen? Finde zusammen mit den Forschern eine eindeutige Antwort. Haben wir den nicht einfach gerade nur gefunden? Wissen wir, dass der durch die Zeit gereist ist? Möge das Segen der Gottin Heilia, Hylia? Ich habe immer Hylia und so gesagt und Hylia See, aber viele sagen Heilia. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mit dir sein. Roam, Bosphoramus, Hyrule. Na, was sagt ihr auch Hyrule? Wahrscheinlich sagt man Heilia. Das klingt doch nicht so komisch. Heilia See. Ach, keine Ahnung. Link, Ritter von Hyrule. Ein junger Mann, der aus einer Familie mit langer Tradition als königliche Wachen im Dienste des König... Der Königsfamilie von Hyrule stammt. Seine gute Konstitution und sein Talent für den Schwertkampf sind angeboren. Zudem ist er äußerst pflichtbewusst und vernachlässigt niemals sein Training. Nur sprechen kann er halt nicht. Impa. Beraterin des Königshauses von Hyrule. Eine Schika, die als Beraterin in den Diensten von Schloss Hyrule steht. Sie mag jung sein, doch sie kommt ihren administrativen Aufgaben mit großer Tüchtigkeit nach. Und Zelda vertraut ihr. Sie ist unerschütterlich und fleißig, doch gelegentlich auch etwas geistesabwesend. Das stimmt, was sagen... Jetzt zeigen sie wahrscheinlich alle Charaktere, die wir spielen können. Okay, das war's. Zwei können wir aktuell spielen. Okay, jetzt sind da Sachen aufgetaucht. Karte von Hyrule. Verwende den Chika-Stein, um ein Ziel zu wählen. Löse Aufgaben in ganz Hyrule, um meine Verbündeten weiterzuentwickeln. Todbringerschlucht. Ich glaube, das ist die nächste große Mission zum Königlichen Institut, genau. Wir gucken uns nächstes Mal erstmal so ein bisschen hier auf der Karte um. Wobei hier überall bisher noch nix ist. Okay, das ist gut, wenn hier noch nix ist. Weil dann kann ich mir nur das angucken, was blinkt. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Okay. Aber wie gesagt, die anderen Sachen gucken wir uns dann auch an. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich denke, es werden drei Parts für den Anfang. Und dann halt, wenn ich die Vollversion habe, geht's weiter. Jetzt auf jeden Fall, also jetzt kommt auf jeden Fall mindestens noch ein Part. Ich weiß nicht, wie lange die Mission hier geht. Ich glaube, die Mission geht... Ich weiß es nicht. Die meisten haben für die Demo um die eineinhalb Stunden gebraucht. Also denke ich, werden es insgesamt drei Parts werden. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.